Wenn Sie Autofan sind und Ihr Herz für Sportcoupés und Oldtimer schlägt, dann lehnen Sie sich die nächsten eineinhalb Minuten entspannt zurück. Denn seit gestern erlebt man die größte Sportcoupé-Ausstellung der Welt im Petersen Automotive Museum in Los Angeles und das bis zum 18. Oktober. Die Ausstellung zeigt unter anderem Autos von zwölf Promi-Kuratoren, darunter als Gastkuratoren Schauspieler Patrick Dempsey, Francis Ford Coppola oder Pink Floyd Schlagzeuger Nick Mason und andere prominente Autofans. Genießen Sie jetzt das schönste, eleganteste und stärkste, was es an Sportcoupés gibt und jemals gab. Genießen Sie jetzt das schönste, mit dem Schauspieler Patrick Dempsey, Gang, Sprechung, Schauspieler Patrick Dempsey, Schauspieler Patrick Dempsey, Schauspieler Patrick Dempsey, Schauspieler Patrick Dempsey. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.